Sonntag, wir sind auf dem Heimweg. Was macht man, wenn die Gasflasche leer ist? Man fährt in die Tankstelle und wechselt sie. Nein, machen wir nicht. Wir sind jetzt hier in Forchheim und hier gibt es ein Gasflaschenautomat. 24 Stunden, sieben Tage die Woche. Und den probieren wir jetzt aus. Noch nie gemacht, alles neu für uns. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, wir noch nicht. Wir testen es mal. Wir sind hier, das ist ein Verbrauchermarkt, einen ganz großen, und ich glaube, die haben einen Herzverwohrmobilfahrer. So, komm, wir gucken mal, wie das Ganze funktioniert. Wir brauchen natürlich jetzt die Gasflasche. So, Gasflasche ist auch. Holen wir uns die mal raus. Eigentlich macht das ja alles meine Frau, aber die filmt ja jetzt. Muss ich das auch noch schleppen. So. Die ist leer. Ja, die ist leer. Ihr schleppt die volle nachher zurück. So, Gasflaschenautomat. Kaufen, tauschen und Rückgabe von profanen Gasflaschen. So, das sind wir. Warte mal. Halt mal hier weg. Ist schon drauf. Ach so, ist schon drauf. Okay, dann lass ich's. Wir gehen jetzt auf Tauschen. Gasflaschen, Ventil, Ventil, Ventilmutter und die andere Gasflasche. Vollständig schließen. Haben wir gemacht. Bestätigen wir. Tür, äh, Tür. Das, ja. Tür, okay. Tür öffnen, die Flasche einstellen und Tür wieder verschließen. Probieren wir das mal. Stellen wir mal rein. Und Tür wieder schließen. Bang. Bitte warten. So, erkannte Gasflasche. Ja, das sieht doch gut aus. Komm, dann drücken wir mal hier drauf. Zahlenkarte mit Karte. Wir machen mal hier Karte. Zack. Und jetzt drehe ich mich mal weg. Ich gehe erstmal hier rum. Ich zeige euch mal den Automaten. Warte mal. Wir gehen hier einmal rum. Müsst ihr dann bestimmt irgendwas zu... Ach, guck mal hier. Hier ist alles vollgeladen. Ach, das ist ja ein kleines Paradies in der heutigen Zeit. Hier sind Gelder. Ob das jetzt so alles funktioniert? Na, da bin ich jetzt gleich mal gespannt. So, jetzt geht's los. Es fängt an zu rumoren. Ich weiß nicht, ob das jetzt hier so rüberkommt. Aber es rappelt ganz schön. Eigentlich müsste ich jetzt mal schnell da hinten hin, ob man was sieht. Ich sehe gar nichts. So, jetzt geht's hier hinten los. So, kommt die Gasflasche. Was ne Technik. Man sieht's aber schlecht. Jetzt dreht sich der Automat wieder. So, jetzt gehe ich mal kurz nach vorne. So, eigentlich müsste sie ja jetzt da sein. Iris macht mal die Tür auf. So, Iris holt die Flasche raus und trägt sie ans Auto. Ne. Ja, gut. Wir machen mal Pause kurz. Andreas macht das. Ich schlepp das jetzt. Warte. Jetzt. Tür schließen. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Perfekt. Auf geht's. So, das kennt ja jeder mit dem wieder reinmachen von der Gasflasche. Macht's gut. Iris führt es jetzt gleich mal vor. Ne, war ein Scherz. Also hat es super funktioniert. Ja. Sonntags. Was willst du mehr? Perfekt, würde ich sagen. Auf jeden Fall wieder. Genau. Also, macht's gut. Tschüss. Als nächstes. Untertitelung des ZDF für funk, 2017